Musik Erleben Sie eine der eindrucksvollsten Erfindungen seit es Kameras gibt. Die Kamera am Gürtel zu tragen, jeder Fotograf hat schon darüber nachgedacht. Leider sind Spiegelreflexkameras dafür einfach zu schwer. Deshalb gibt es jetzt den Spider-Holster, mit dem auch große Profikameras mit Batteriegriff und Zoom-Objektiven ganz einfach am Gürtel befestigt werden können. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Endlich haben Sie die Hände frei, einen schnellen Zugriff auf die Kamera und kein lästiges Gewicht auf den Schultern mehr. Das intelligente Konzept aus Spider-Platte und Holster am Gürtel stabilisiert Ihre Kamera problemlos seitlich am Körper. Das hält sicher. Um auch extremen Belastungen standhalten zu können, wurde der Spider-Pro aufwendig in Edelstahl und gehärtetem Aluminiumstahl gegossen. Das ist auch gut so. Immerhin vertrauen Sie dem Spider-Pro Ihre teure Kameraausrüstung an. Der zweistufige Sicherheitsverschluss und die einfache Befestigung machen den Spider-Pro zu einem unverzichtbaren Begleiter in Ihrem fotografischen Alltag. Kein Verrutschen mehr, eine ergonomische Gewichtsverteilung und die einfache Handhabung machen den Spider-Pro einzigartig.